Musik 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 Wenn aus Kindern, Schülern, Jugendlichen und schließlich junge Erwachsene werden, dann kommen auf Sie als Eltern und Familie ganz neue Themen zu. Da geht es zum einen um das große Thema Schule. Welche Schule ist die richtige für Ihr Kind? Wie sieht es mit der nachschulischen Betreuung aus? Sie fragen sich vielleicht, was Sie tun können, wenn es Probleme mit dem Lernen oder in der Schule gibt. Möglicherweise machen Sie sich schon Gedanken, wie es nach der Schule weitergeht. Vielleicht möchte Ihr Kind später mal ein Auslandsjahr machen. Oder als Au-pair ins Ausland gehen. Bei all diesen Fragen rund ums Thema Schule, Lernen, Ausbildung unterstützen wir Sie als ganze Familie mit. Musik Das familiäre Zusammenleben mit pubertierenden Jugendlichen gestaltet sich unter Umständen konfliktgeladen. Da gibt es Wutausbrüche, knallende Türen, Null-Bock-Stimmung. Für Sie als Familie ist es oft eine Phase der großen Auseinandersetzungen. Sie machen sich vielleicht auch Sorgen um Ihr Kind, weil plötzlich Themen auftauchen, wie Alkohol, Sexualität, übermäßiger Medienkonsum. Für die Jugendlichen selber ist diese Phase auch eine Zeit der großen Orientierungslosigkeit. Sie fühlen sich gerade von den Erwachsenen und von Ihnen als Eltern natürlich total missverstanden. Und bei all diesen Themen unterstützen wir Sie, damit Sie als Familie gelassen durch diese stürmischen Zeiten gehen können. Unsere Expertinnen aus den Lebenslagen-Coaching-Teams unterstützen Sie mit lösungsorientierter Kurzzeitberatung. Wir sind für Sie da! Musik 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 Nummer ough